Was bringt unsere Katzen eigentlich zum Schnurren? Ist es nur die Freude über Streicheleinheiten oder steckt mehr dahinter? Es ist sogar viel mehr als das. Um genau zu sein, nämlich ganze elf, teilweise ziemlich überraschende Dinge. Angst und Stressabbau Schnurren ist nicht immer ein Zeichen von Zufriedenheit. Es kann auch bei Angst und Stress auftreten. In solchen Momenten wirkt das Schnurren wie eine Art Selbstberuhigung für die Katze, vergleichbar mit dem Singen oder Summen bei uns Menschen. Dieses Verhalten hilft der Katze, mit stressigen und beängstigenden Situationen umzugehen. Es ist eine instinktive Reaktion, die dazu beiträgt, Spannungen abzubauen. Dieses Phänomen zeigt, wie Katzen mit ihren Emotionen umgehen und sich in herausfordernden Momenten selbst helfen können. Für Katzenhalter ist es wichtig, solche Verhaltensweisen zu erkennen und zu verstehen, dass Schnurren nicht immer Glück bedeutet, sondern manchmal auch ein Zeichen für Unbehagen oder Angst sein kann. Durch dieses Verständnis können wir unsere pelzigen Freunde besser unterstützen und ihnen in schwierigen Zeiten beistehen. Gemeinsame Kuschelzeit Nichts ist schöner als ein gemütlicher Abend auf der Couch mit deinem Fellknäuel. Diese gemeinsamen Momente der Ruhe und Entspannung sind für deine Katze ein echter Genuss und sorgen für ein zufriedenes Schnurren. In friedlichen Stunden baut sich eine tiefe Verbindung auf, ein unsichtbares Band aus Vertrauen und Liebe zwischen dir und deinem Tier. Katzen genießen diese ruhigen, ungestörten Momente, in denen sie einfach nur da sein und die Nähe ihres Menschen spüren können. Es ist, als ob die Welt um sie herum für einen Moment still steht. Und alles, was zählt, ist diese gemütliche, friedvolle Zusammenkunft. Das Schnurren deiner Katze während dieser Zeit ist wie eine sanfte, beruhigende Melodie, die den Raum mit Wärme und Zufriedenheit erfüllt. Es ist ein Zeichen dafür, dass deine Katze sich vollkommen sicher und geborgen bei dir fühlt. Ein wahres Zeugnis der tiefen Bindung, die ihr teilt. Ein Zeichen der Selbstheilung Überraschenderweise schnurren Katzen nicht nur aus Wohlbehagen, sondern auch bei Schmerzen. Experten haben herausgefunden, dass ein Selbstheilungsprozess dahinter steckt. Die beim Schnurren erzeugten Vibrationen liegen in einem Frequenzbereich, der schmerzmildernd und sogar heilungsfördernd wirken kann. Dieser Mechanismus hilft der Katze, Schmerzen zu bewältigen und den Genesungsprozess zu beschleunigen. Das gilt insbesondere für Knochenverletzungen. Es ist wichtig für Katzenhalter, auf subtile Anzeichen von Unbehagen zu achten, da Katzen ihre Schmerzen oft nicht offen zeigen. Das Schnurren bei Schmerzen ist ein beeindruckendes Beispiel für die Resilienz und Anpassungsfähigkeit von Katzen und offenbart die tiefe und komplexe Natur unserer samtpfotigen Begleiter. Das Versprechen von Futter Die Vorfreude auf eine leckere Mahlzeit kann bei Katzen ebenso Schnurren auslösen. Dieses Verhalten ist nicht nur ein Zeichen von Hunger, sondern auch von Erwartung und Freude. Wenn deine Katze das Rascheln der Futtertüte hört oder den Geruch ihres Lieblingsfutters wahrnimmt, kann das Schnurren eine Art Ausdruck sein, der sagt, ich bin bereit für mein Fresschen. Es ist eine reizende und manchmal auch unterhaltsame Art und Weise, wie Katzen ihre Begeisterung und ihr Verlangen nach Futter zeigen. Dieses Schnurren ist ein weiteres Beispiel für die Vielfältigkeit der Gründe, warum Katzen schnurren, und es zeigt, wie eng ihre emotionalen Reaktionen mit ihren täglichen Routinen und Freuden verbunden sind. Erwartung von Zuneigung Katzen sind in der Tat sehr klug, wenn es darum geht, mit ihren Menschen zu kommunizieren. Sie haben herausgefunden, dass ihr Schnurren oft positive Reaktionen bei uns hervorruft. Daher nutzen sie es manchmal gezielt, um Streicheleinheiten oder Aufmerksamkeit zu erlangen. Dieses Verhalten ist fast so, als würden sie mit dem Schnurren sprechen. Es ist ihre Art zu sagen, ich möchte mehr Zuneigung. Das Schnurren als Kommunikationsmittel zeigt die Intelligenz und die soziale Versiertheit der Katzen. Sie verstehen, wie sie unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ihre Bedürfnisse auf eine liebevolle und effektive Weise kommunizieren können. Dieser Aspekt der Katzenkommunikation ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Katzen die menschliche Reaktion auf ihr Verhalten wahrnehmen und dieses Wissen nutzen, um ihre Beziehung zu uns zu vertiefen und zu bereichern. Leises Sprechen Die Art und Weise, wie wir mit unseren Katzen kommunizieren, hat einen großen Einfluss auf unsere Beziehung zu ihnen. Wenn du leise und sanft mit deiner Katze sprichst, wird sie oft mit Schnurren antworten. Dieses Verhalten ist ein Zeichen tiefer Verbundenheit und gegenseitigen Vertrauens. Die sanfte Stimmlage wirkt beruhigend und tröstend auf deine Katze und kann dazu beitragen, eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Katzen sind sehr empfänglich für die Stimmungen ihrer Menschen und eine ruhige, liebevolle Stimme zeigt ihnen, dass sie in Sicherheit sind und geliebt werden. Dieses einfache, aber kraftvolle Mittel der Kommunikation stärkt die Bindung zwischen dir und deinem Fellfreund und schafft ein tiefes Verständnis und eine starke emotionale Verbindung. Spiel und Jagd Das Spielen und die Jagd nach Spielzeug sind für Katzen mehr als nur ein Zeitvertreib. Wenn sie erfolgreich ein Spielzeug erlegen, kann das bei ihnen Schnurren auslösen. Dieses Verhalten ist ein Überbleibsel aus ihrer wilden Vergangenheit, in der das erfolgreiche Jagen von Beute ein lebenswichtiger Erfolg und ein Grund zur Freude war. Dieses instinktive Verhalten zeigt sich in der Freude und Zufriedenheit, die Katzen empfinden, wenn sie mit Spielzeug spielen, das Beutebewegungen imitiert. Das Schnurren in diesen Momenten ist ein Ausdruck ihres Jagdinstinkts und ihres Glücksgefühls. Es ist faszinierend zu beobachten, wie tief verwurzelt und unverändert diese natürlichen Instinkte in Hauskatzen geblieben sind und wie sie durch das Spiel in ihrem sicheren Zuhause zum Ausdruck gebracht werden, auch wenn bei weitem nicht jede Katze beim Spielen schnurrt. Schreib doch mal in die Kommentare, ob deine Fellnase das macht. Gesellschaft von Artgenossen Das Schnurren in Gesellschaft von Artgenossen ist ein weiteres faszinierendes Verhalten bei Katzen. Wenn sich Fellnasen in der Nähe anderer Katzen wohlfühlen und entspannen, kann das ebenfalls zum Schnurren führen. Dieses Verhalten ist ein Zeichen dafür, dass sie sich in der Gegenwart ihrer Artgenossen sicher und geborgen fühlen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung der sozialen Bindung zwischen den Tieren. Durch das Schnurren kommunizieren sie ihre Zufriedenheit und Bereitschaft zur friedlichen Koexistenz und Interaktion. Es zeigt, dass Katzen trotz ihres Rufes als Einzelgänger selbstverständlich in der Lage sind, starke soziale Verbindungen zu anderen Katzen aufzubauen. Schnurren ist also auch ein Ausdruck von Vertrauen und Akzeptanz untereinander und trägt zu einem harmonischen Zusammenleben bei. Entdeckung neuer Orte Katzen sind von Natur aus neugierige Wesen und die Erkundung neuer spannender Orte kann bei ihnen Schnurren auslösen. Vor allem dann, wenn sie von diesem Ort etwas Positives erwarten. Neugierde ist ein grundlegender Teil der kätzischen Persönlichkeit. Wenn sie neue Umgebungen erkunden, erleben sie ein Gefühl der Vorfreude und des Abenteuers, das sie sichtlich glücklich macht. Dieses Verhalten zeigt, dass Katzen eine reiche und vielseitige Welt in ihrem Kopf haben, die ständig nach neuen Reizen und Erfahrungen sucht. Das Schnurren während der Erkundung neuer Orte ist ein Zeichen dafür, dass sie sich aufgeregt und stimuliert fühlen. Ein klares Zeichen ihres Wohlbefindens und ihrer Zufriedenheit. Es ist ein spannender Einblick in die Welt deiner Katze und eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, ihre Umgebung abwechslungsreich und anregend zu gestalten. Menschliche Pflege Die Pflege durch den Menschen ist für viele Katzen ein angenehmes und beruhigendes Erlebnis. Wenn du deine Katze bürstest oder anderweitig pflegst, kann das bei ihr Schnurren auslösen. Diese Art von Schnurren zeigt, dass deine Katze die Aufmerksamkeit und Fürsorge genießt. Es ist ein Zeichen von Vertrauen und Wohlbehagen, wenn sie sich entspannt und es zulässt, dass du sie pflegst. Diese Wellnesszeit ist nicht nur für die körperliche Gesundheit der Katze wichtig, sondern fördert auch die emotionale Bindung zwischen dir und deinem Haustier. Es ist eine ruhige, zärtliche Interaktion, die den gegenseitigen Respekt und die Liebe vertieft. Das Schnurren während dieser Momente ist ein wunderschöner Ausdruck des Vertrauens und der Zufriedenheit deiner Katze. Beim Sonnenbaden Das Sonnenbaden ist für Katzen eine wahre Freude. Sie suchen gerne sonnige Plätzchen auf, um sich in der Nähe und im Licht zu ahlen. Dieses Verhalten führt oft zu einem zufriedenen Schnurren. Die Wärme der Sonne bietet nicht nur physischen Komfort, sondern scheint auch eine beruhigende, fast meditative Wirkung auf Katzen zu haben. Während sie in der Sonne dösen, entspannt sich ihr gesamter Körper und das Schnurren kann als Ausdruck dieses tiefen Wohlbehagens interpretiert werden. Dieser Moment des friedlichen Genusses ist für Katzen äußerst wertvoll und zeigt, wie sehr sie einfache Freuden wie die Wärme der Sonne schätzen. Das Sonnenbaden ist für sie eine natürliche und instinktive Art, sich zu entspannen und Energie aufzutanken. Katzen, die tendenziell eher nervös sind und schwer zur Ruhe kommen, denen hilft dagegen häufig etwas ganz anderes, nämlich CBD-Öl. Wenn du mehr dazu erfahren willst, klick auf das Bild links, um dir unser Video dazu anzusehen. Und wenn du lieber wissen willst, wie Katzen auswählen, bei wem sie schlafen, dann klick auf das Bild rechts. Vielleicht schnurrt dich dann deine Mieze bald schon abends in den Schlaf.